Dave Barry, das ist ja nicht, kommt da auch wieder. Wir würden auch ein paar Minuten mit ihm sprechen. Eric, komm mal hier. Hallo Eric, how are you? Hallo Eric. Whoops, wir haben ein bisschen Lärm da. Wir kommen hier wieder. Eric ist der Liedsinger von The Mindbenders. Wie hat es gefühlt, die erste Platte gleich ein Nummer eins in Amerika zu haben? How did it feel to have your first record, number one in the States? Oh, it was great, really fantastic, yeah. Wir sind sehr stolz drauf, die Gruppe auch in unserer Show zu haben. Sie haben jahrelang zusammen mit Wayne Fontana gemacht. Sie haben Hits gehabt wie Game of Love und viele andere. und die erste Platte als Solo-Gruppe gleich der Spitzenposition in Amerika. Wir wollten noch eine Nummer von der Gruppe erleben. Wir würden noch eine Nummer von der Gruppe erleben. First of all, es ist ein großartiger Platz, dass du hier in der Show bist. Hast du es gefühlt? Oh ja, es ist fantastisch, you know, being here with all these Bebop-Stars. Er sagt, es ist fantastisch an der Show zu sein und mit so vielen anderen Stars zusammen. Er ist ein fantastischer Junge, die Jungs sind wirklich fab in jeder Sinn der Worte. Wir wollten gleich noch eine Nummer von euch hören. What's the name of the next number? Don't Cry No More. Weiner nicht mehr, Don't Cry, Want No More. The Mindbenders. Cheers.